Hey! Kennt ihr diese Musik? Das ist Musik von Peter und dem Wolf. Habe ich selbst erlebt, die Geschichte von Peter und dem Wolf. Mit meinem Enkel, dem Peter. Also früher, ja, da war alles besser. Und da lebte er noch. Mein Freund, der Sergej Prokofiev. Das war ein kluger Mann, ja. Der war Komponist. Der hat gemacht Musik für große Orchester. Der hat gewohnt da draußen in Moskau. Ich bin zu ihm hingefahren und habe ihm erzählt die Geschichte von Peter und dem Wolf. Da hat er gesagt, Großvater, das ist tolle Geschichte. Ich werde dafür machen die Musik. Ja, hat er dann für mich auch gemacht, Musik. Ist nämlich ganz berühmt geworden. Ja. Das kommt sogar hier im Radio. Ja. Wisst ihr, die Musiker, ja, die sitzen hier drinnen und spielen. Ja. Moment. Die sind gar nicht mehr drin. Die machen Pause. Ach nein. Guck an. Alle sitzen hier vorne. Na guck. Way, oder止 die Name. Bin, bin, bin ich nämlich auch schnell. So weiß es. Ja. Die copyright ist nicht mehr. Junge hat noch kein kleben, gemacht. Was ist jeden Tag, ihr echt dein Kind trend und ein bisschen anders. Darum werden apostlesID Tombi fordert objects ein wenng baut. Untertitelung des ZDF, 2020